In der Halbzeit, okay? Sechs Minuten. Was? Wer? Wer? Der war letztlich auf dich gesessen. Ah, oder was? Wo im Kratzen mit, ich weiß nicht, wie der heißt. War der? Ja. Kenn ich nicht. Welche? Hochzeit. War kein Stolz mit. Das war ja auch mega wutzig. Mama spielt noch singen. Na. Hey, guck doch, guck doch! Hochzeit los! 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 Untertitelung des ZDF, 2020